so da haben wir sie die framus baujahr 64 5 strich 13 figaro ja wie gesagt am körper ist eigentlich nichts erwähnt werde es dran hier ist eine macke sonst an der decke nichts die seiten top hier war mal ein knopf dran anscheinend also was heißt anscheinend da war mal einer dran den habe ich abgemacht da kann man sich was besseres dran machen das war einfach nur so ein raken ansonsten ist da ist der hals die wirbel klar sollte man irgendwie mal ein bisschen fetten die seite fehlt kopf ist auch original das nicht mehr da ist im original steg fehlt ein stäbchen und hier sind leicht abgehoben ist aber jetzt nicht so dramatisch und wie gesagt hier dieses dass diese leichten kotz spuren im lack das war's ich spiele es noch mal kurz an wie gesagt die bünde da ist jetzt nichts groß platt gespielt okay that's it okay